Schatz, da ach doch mal! Ich reif doch! Ach, ich stehe nur auf dem Ursprung für Telo 1. Ach, das ist ja jetzt für Telo 2. Das ist doch seitenspruch! Oh, oh, oh! Was soll ich jetzt machen? Oh, bah, 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 bah. Oh, bah, 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 bah. Er hat irgendwas selber geschaffen, oder? Den brauchst du doch. Der ist doch noch nie. Wie? Alter, will ich auch sein? Ja, total war krass. Ja, total war krass. Ja, total war krass. Ja, total war krass. Guck mal. Ja, total war krass. Was ist das? Opa! Was? Ich wusste nicht. Ich hab auch nicht gut. Nein. Rostdruck. Ist der Lennig oder? Ich bin auch nicht. Ich bin auch nicht. Der Baum ist rostdruck. 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 Wir haben vor dem Jammer noch. Jammer. Jammer. Vor dem Sommer. Vor dem Winterfellig. Oh, das ist ja unser Beber. Ja, vor dem Winterfellig. Vor dem Winterfellig. Das ist der Lennig. Machst du eigenes in der Lennig. Haha. Ich brauche mir alle, dass das Schassi-Beigabe sei. Oder nee. Oder wird dein Herrick sein? Oh, krass. Nee, das ist der Winterfellig. Das ist der Winterfellig. hua! Das ist der Winterfellig. Das ist der Winterfellig. Wie sieht das hier aus? Ja, das ist der Winterfellig. Oh, ja, oh, ja. Das ist der Winterfellig. Das war bei uns. Alles gestört. mit dem Akku. Warum mit 8 Mann? Kannst du fahren? Warum mit 8 Mann? Wenn es aber nicht noch mit dem Teil mit fahren, das ist ja dick. Das ist mal ein Neu-Tauser-Völverrückter. Du musst einen in den Linksele zu lösen. Das ist ein Neu-Tauser-Völverrückter. Das ist ein Neu-Tauser-Völverrückter.